Herzlich Willkommen Euren Freunde zurück zu Minecraft Dungeons. Im letzten Part haben wir den Düsterdschungel gemeistert und heute werden wir die Panda Hochebene meistern und da würde ich einfach mal sagen, wir starten direkt. Oh ne, jetzt habe ich glaube ich, oh nein, ich habe glaube ich Dings nicht geändert, den Schwierigkeitsgrad. Aber hier scheint es wohl kein Bild zu geben, ne? Zu der Panda Hochebene. Sehr interessant, sehr interessant. Gibt es eine Szene eigentlich für so Zwischendungeons? Weiß ich nicht, das sehen wir jetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Okay. Hm, zwei Geheimnisse, eine Truhe, okay. Ist jetzt nicht so viel. Aber ist ja auch ein kleinerer Dungeon. Deswegen geht das schon in Ordnung. Äh, im letzten Part haben wir ja viel über Handball geredet. Ich meine, ich habe auch andere Sachen noch gemacht, wie Tennis oder sowas, aber da war ich nur zwei Jahre lang. Da kann ich nicht ganz so viel sagen. Kann auch noch, irgendwie fehlt mir dann immer wieder mal die Lust. Dann habe ich immer aufgehört. Ich habe sehr, sehr vieles ausprobiert, aber nie wirklich was gefunden, was... Wofür mein Herz brennt, Leute. Wofür mein Herz brennt, einfach. So, Apfel, so. Okay, hier schon mal nichts. Hm, hier ist noch einer. Ich habe ein Haar im Mund, ey. Ich habe momentan außer in zwei, äh, drei Tage den Hund hier. Von meiner Mutter. Sie muss ich... Oh Gott, ich muss gleich Gasse gehen, Leute. Ja, ja, nach dem Part, nach dem Part Gasse gehen. Da, 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 da. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier eigentlich so leise rede. Ich weiß es nicht, Leute. So. Okay. Ah. Heute werde ich außer dem Button. Da kommt auf jeden Fall ein Livestream auf Instagram. Ah, nee, kein Livestream, sondern ich möchte dieses neue, äh, Story-Dings da ausprobieren. Heißt, glaube ich, Reels? Reels? Irgendwas mit R. Ich meine Reels. Reels. Äh, geht es unten eigentlich weiter oder hier oben? Oh, scheint beides zu gehen. Okay. Ich habe eigentlich hier keine Lust, diese Pflanzen die ganze Zeit zu töten. Weil, irgendwie machen die ja nichts. Und droppen auch nichts. Oh, bang. So, weg mit euch. Danke. Hier ist auch nichts. Genau. Da. Ach, nee. Stimmt ja, wenn das Video kommt, mache ich das morgen. Äh, gestern. Habe ich das gestern gemacht. Ups. Upsala. Was ist denn jetzt? Der Kunde, den Bambus war es. Okay. Äh. Aha. Oh, einen Apfel. Den hätte ich eigentlich ganz gern. Super. Kommt da noch was? Ja, da kommt tatsächlich noch was. Noch einen Apfel? Super. Oh, oh, oh. Ich muss mal hier ganz kurz trinken. Und eine schöne Kiste. Ich bin da ketten. Oh, ist doch. Okay. Also, bis jetzt bin ich noch kein Fan von den Waffen hier. Also, eine Peitsche ist zwar eigentlich ganz cool, aber ich meine, ne? Meine, okay. Eine Peitsche? Das ist doch schon ein bisschen hart. Oder haben wir einen Durchgang? Okay. Den merken wir uns mal eben. Oder sollen wir da reingehen? Weißt du was? Wir gehen da doch mal eben rein. Zu gucken. Wie groß ist das hier? Ist nur ein Raum. Okay. Oh, ich finde diesen dunklen Dschungelteil hier schon schöner. Also, ich mag ja eher die Dunkelheit. Obwohl ich beides mag eigentlich. Ich mag beides. Oh, Levelausstieg. Cool. Sehr gut. Was ist das denn jetzt? Hier geht's auch vor allem. Nein. Oh, ein Panda. Ich greife euch nicht an. Sorry, Spiel. Ich greife die nicht an. Ich greife die nicht an. Sind da richtig cute. Cutie Cuties. Ne, ihr süßen Pandas? Also, irgendwie ist das hier überhaupt nicht flüssig, Leute. Das ist aber auch auf dem Bildschirm so. Also, wirklich. Ich weiß nicht, wie das hinterher in der Aufnahme aussieht. Aber, ja. Das war auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Was sie die Pandas da gezeigt haben. Ist schon... Oh Gott, da ist eine Falle. Okay. Gehen wir gleich rein. Aber erstmal, das sehe ich hier alle. Denn hier könnte auch eine Rune sein. Eine Rune. So. Achso, da ist noch eine Spinne. Und ein Zombie. Und noch ein Zombie. Und Pfeile. Sehr gut. Doch keine Pfeile. Das sah aber aus wie eine Falle da. Ah, ich glaube, es ist eine Falle. Äh, ich komme hier nicht hoch. Und dann daher. So. Weg mit euch, Weg mit euch, Weg mit euch, hier ist der Superstar, immer da, immer bla, bla, bla. Ich glaube, hier ist gleich ein kleiner Boss. Okay. Okay, okay, okay. Äh, ja, okay, ne. Also, ihr seid jetzt nicht so die Bosse, die ich mir hier erhofft habe. So, hier. Weg mit euch. Weg mit dem Dreck. Oh, kommt jetzt hier noch ein Gegner hier, oder was? So. So. So, den hätten wir auf jeden Fall. Hier, TNT für euch. So. So. Ich sagte, das hätte euch gleich weggemacht. Naja, egal. Weg mit dir. Und eine coole Kiste. Und ein Jagdbogen. Oh, Jagdbogen ist, glaube ich, was Neues. Ne, ist nichts Neues. Okay. Sorry. Na ja, trotzdem cool. Trotzdem cool. Ich habe auch zu den beiden Merlin durch. Ich bin bereit für The Cursed Staffel 1. Ich bin sowas von bereit. So. Ein paar Dinger hier, okay. Gehen erstmal hier unten her. Weil, ja. Hier unten ist aber nichts. Okay. So. Apfel. Danke für den Apfel. Hallo, Oetzleut. Ich lasse dich am Leben. Ja, weil du hast mir nichts getan. Hast mir nichts getan. Okay. Da gab es nur Emeralds. Dann gehen wir mal wieder zurück. Müssen also nach der unten. Kann ich da nicht einfach runterspringen? Und dann hat sich... ...gelöst oder so. Hä? Warte. Ach, ich muss doch... Ach, ne. Ah, ich muss von hier hinten. Okay. Okay, okay. Ich muss hier runter gehen. Und dann mich da durchkämpfen. Okay. Ich hab's verstanden. So. Weg mit euch. Hä? Rechts war's? Ne. Ne. Oh, ne. Ich lass die pflanzen. Das bringt ja nichts, wenn ich die töte. Ich meine, wenn sie im Weg sind, dann mach ich sie weg. Aber sonst mach ich sie nicht weg. Ich kann auch einfach hier mit Pfeilen arbeiten. Ach, weg. Weg mit euch hier. Ist da überhaupt... Ne. Hinter mir war überhaupt keiner. Und ich greif die ganze Zeit hinten an. Immer von hinten, ne? Ja. Ne. Ach, Mann. Oh, Ocelot hat überlebt. Sehr gut. Weg pflanzen. Danke. Rette die Pandas. Oh, 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 oh. Okay. Ich rette die Pandas, Leute. Ich bin dabei. Ich hab dich. Panda, schirren. Wie könnt ihr nur die Pandas hier gefangen halten? Was haben sie euch getan? Was haben sie euch getan? So, weiche von uns. Die Dämon. So. Sehr gut, Panda. Sehr, sehr gut. Panda, Vorsicht, Explosion. Und weg mit denen. Du bist auch frei. Pass mal auf hier. Oh, Mann, Mann, Mann. So, weg mit dir. Ups. Es läuft, glaube ich, ganz gut. Ich würde eigentlich mal ganz gerne gucken, was jetzt hier unten ist. Oh, ne Lebe. So, sehr gut. Weg, weg, weg mit euch hier. Sehr schön. Da ist nichts. Wie? Ach so. Oh, Mann, ey. Oh, Gott. Ich war fast da runtergeplumpst. Die Arsch. Mann, 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 Mann. Oh, Gott, sind die viele, ey, wieder. So, Creeper. Das machen wir erstmal weg. So, rechts waren wir schon. Äh, hallo? Du lebst wieder. Aha. Oh, warte. Ne, okay. Da kommt man nicht hoch. Okay. Ein Versuch war es wert. So, hier rechts waren wir noch nicht ganz. So, weg. Weg mit euch. So, sehr gut. Dann können wir jetzt da weitergehen. Ja, können wir. Da unten war ich vorhin drin. Ja, weg. Weggespringt. Weggespringt. Nochmal hier. Blitz. Dann sind sie nämlich weg. Oh, war's das? Nee, wollte schon da. Rettet die Pandas. Ja, ich rette sie. Okay, ihr ist nichts. Nee, du kannst mich nicht aufhalten. Ich, 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 ich. Oh, war's. Blitz. Ha, ha, ha. Blitz ist richtig gut für sowas. Okay. Das, das muss ich mir eigentlich merken für den Enderman. Dass ich einfach einen Blitz drauf zauber. Oh, dankeschön für den Jagdbogen. So. Erstmal diese komische Pflanz da wegmachen. Das nervt mich nämlich am meisten. Im Spiel. Was würde es mir bringen, darüber zu springen? Es gibt hier keine Geheimnisse, deswegen lasse ich sein. So. Aber schön, dass die Pflanze da drüben war. Oh, ne Armbrust. Äh, ich hätte, ja gut, ich hätte daher gemusst. Ich gehe aber erstmal hier nach links. Ja, oh, hä, es gibt doch Geheimnisse. Was ist das denn jetzt hier? Ne Lebe, okay. Ne Lebe ist cool. Oh, ich habe schon wieder ein Haar im Mund. Mann, 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 Mann. Ich habe ja ein paar Tage den Hund hier. Und überall hat man Haare von dem. So, wie viele sind es noch? Unten bestimmt, ne? Warte. So. So, warte. Ah, da ist eine Sackgasse. Dann gehe ich da erstmal hin. Wie hier daneben. Was haben wir hier? Uh, cool. Pizze, die leuchten. Das ist auch cool. Das gefällt mir noch sehr. So, gehen wir erstmal hier hin. So, Panda frei. Glück allein. So, hier hast du ein TNT. Viel Spaß, Pflanze. Oh, du lebst noch. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt aber nicht mehr. Weg mit euch. Weg mit euch. Ich bin doch viel zu stark für euch. So, frei. Sei frei. Mann, 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 Mann. Oder den kann ich gar nicht angreifen, oder was? Jetzt aber super. So, okay. So, okay. Gut, bei den Pflanzen nutze ich jetzt einfach meine Pfeile. Denn wir scheinen dann wohl direkt weg zu sein. Düh, 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 düh. Ich muss gerne noch hier links nachgucken. Wieso hier so viele sind. Oh Gott. Uh, 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 uh. Pfeile, super. Okay. Sehr schön. Können wir weitergehen? Können wir weitergehen und den letzten Panda retten? Da ist er auch schon hier weg mit dir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh. In der Mitte ist ein Sackgasse. Deswegen gehen wir da mal schnell hin. So, weg mit euch. Sehr schön. Ach so, war es noch wahnsinnig. Okay. Äh, was da ist los? Ich bin mal eben hier mal mit Vorräten. Ich wurde noch nie bei einem Vorräten angeschlossen. Ist ja hier ein Skandal, Leute. Oh, also dieser komische Golem, der tötet einfach alles. Cool. Ich muss den in FIFA gar nicht töten. Das macht einfach der Golem für mich. So. Oh, bam. Weg. Äh, oben geht's raus. Dann gehen wir erst mal hier nach unten. Ja. Hier auch einmal wegschießen. Sehr schön. Oh Gott, haben wir hier schon wieder... Sachen bekommen. Hihihihi. Oh, ich mag das. Dass ich die dann so wegschießen kann einfach. Ich will schauen, mach ich eigentlich bei... Oh, zweiten Schuss. Das ist nicht viel. Damit zwei Vasen und ein Urzellotbit. Oh, das ist cool. Das hätte ich ganz gern. Das hätte ich sehr, sehr gerne. Oh, eine Kiste. Cool. Eine Peitsche wieder. Sehr, sehr nice. Oh, Melone. Das esse ich doch gern. Ich weiß nicht. Da oben scheint, glaube ich, auch was zu sein. Wo ist er hin? Ist er schon weg? Weiß nicht. Kann sein. Kann sein. Muss aber nicht. Dann haben wir wieder eine schöne Leve. Tatsächlich. Oh, da waren noch welche. So, weg mir, Leute. Alter. Oh mein Gott. Achso, ich stand im TNT, oder was? Hallo, ihr Pandas. Genießt die Party. Okay. Okay, okay. Ich genieße die Party. Aber ich würde eigentlich sicherheitshalber noch warten auf den Trank, oder? Kann ich hier hoch? Nee. Ich schaffe es zum Boot. Ich meine, wenn ich aufpassen, dann schaffe ich es eh zum Boot. Ja. Das ist ja schon hier. Ja, cool, Leute. Dann. Verlassen wir mal den Dungeon. Wir haben die Pandas gerettet. Erfolgreich gerettet, ja. Es ist keiner gestorben. Das war schon cool. War schon cool, ja. Hat mir dann sehr viel Freude bereitet. 80% zwar nur gekillt, aber es macht nichts. Und ein Weizenstück. Okay, cool, Leute. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns dann nächstes Mal den überwucherten Tempel an. Und dann war es das auch schon wieder mit dem DLC. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, euch, Camito. Bis morgen. Tschüss.